Mein Wunsch an Bayern ist ein stärkerer Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, also eine größere Klarheit darüber, was für Werte wichtig sind, die das Zusammenleben in unserem Land und darüber hinaus stärken. Mir fällt dabei ein, größere Solidarität, also nicht der Egoismus, sondern das Zupacken füreinander, das Dasein füreinander, das Dienen, größere Gerechtigkeit, mehr Nächstenliebe, also vieles, was im Evangelium steht und wofür zum Beispiel auch das Kreuz steht. Das würde ich mir wünschen. Das Auseinanderdriften in unserer Gesellschaft ist für mich besorgniserregend und ich glaube, dass es wunderbare Antworten im Evangelium gibt.